Inge Aschberg kommt aus Norderstedt, das lebt in der Nähe von Hamburg. Ist die deutsche Meisterin in der Fitnessklasse 1 bei Miss World Grand Prix in Essen. Da belegte sie Rang 9. Ist sehr sprachbegabt, also sie wird sicherlich darauf hoffen, noch viel durch die Welt zu reisen. Um die verschiedenen Sprachen, die sie beherrscht, auch anwenden zu können. Und ansonsten hat sie sich auch dem Sport verschrieben.